...Museum als vielseitiger Experte, besonders als Experte für künstliche Intelligenz. Wenn Sie sich für die Highlights der Gehirnausstellung interessieren, dann führe ich Sie gern dorthin und berichte Ihnen spannende Details dazu. Ich bin nämlich nicht nur attraktiv, sondern kenne mich auch gut in der Ausstellung aus. Der Startplan ist kompliziert. Trotz Navigationsgeräten müssen Londoner Taxifahrer über die Jahre die Straßenkarte auswendig lernen, bevor sie fahren dürfen. In dieser Zeit trainieren Sie die Gehirnbereiche für Orientierung enorm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020